...diskutieren, wie auch immer das klingt hat. Sie haben zusammen über Musik gesprochen, haben sich am nächsten Tag sogar noch daran erinnert, weil sie beschlossen haben, dass sie eine Band gründen. Heute, acht Jahre später, sind sie eine der grössten Bands in Europa und wir sind stolz, sie sind heute Abend hier bei den Swiss Music Awards. Einen grossen Applaus für Hertz und Miracle! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020